Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shellshock mit dem Rumblebeast zusammen. Ja, wer ist das? Du. Hm. Ähm. Fände ich nicht. In der letzten Runde habe ich ihn ja super besiegt. Na ja, träum weiter. Ich habe dich fertig gemacht. Ja, leider. Ich dachte mir... Haben wir die Trickshots nicht... Ich stehe schon wieder auf der falschen Seite. Was soll ich denn sagen? Ach nein, ich stehe auf der richtigen Dusche. Also wirklich. Haha, haha. Ich dachte, ich bin rot. Nein, bist du nicht. Du bist diesmal... Ja doch, du bist rot. Gott sei Dank. Ja, weil mir bin ich ganz immer grün für sich selbst. Und? Ja, das war episch. So. Ich habe ihn nur in einem Millimeter in deine Richtung bewegt. Das ist schon mal gut. Ja. Ich hoffe, jetzt stimmt das mit der Qualität des Sounds auch ein bisschen besser. Ich muss, wie gesagt, noch ein bisschen rumstellen, jetzt wo ich den neuen PC habe. Äh, was heißt neuen PC? Den neuen Monitor. Den neuen PC. Ja. Fühlt sich an wie ein neuer PC. Oh Gott. Sehr schön. Oh Gott. Welche Gerichtung? Nein, 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 nein. Oh Gott. Uh. Verdammt. Ja. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir spielen hier irgendwie Fußball in Shellshock. Anders als andere, die sich gegenseitig ballern. Ja gut, gerade Sachen machen wir nicht. Ich baller dich niemals. Autsch. Kaum gesagt. Hat auch nichts geholfen. Ha, 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 ha. Halt eigentlich nur weiterschießen, aber irgendwie. Ja, kommt er nicht hoch. Na ja, er kriegt ihn wieder nicht hoch. Ne, er kriegt den Ball nicht hoch. Jetzt will ich mal mit dem Zipper treffen. Macht das überhaupt was? Ne. Ne, der zippt einfach nur durch. Sehr gut. Hab ich mir gedacht, wie bei den Flammen. Och Mann. Bei den Flammen hat er sich in den letzten Folgen ein bisschen bewegt, wenigstens. Naja, ein bisschen. So, das wird doch wohl jetzt hier mal... Oh, und ich sehe gerade, dass mein Mute-Makro nicht funktioniert. Okay, nicht gut. Finde ich gut. Ich halte ihn mal ungemutet. Ich muss sowieso nicht so oft husten. Der er die ganze Zeit rumröchelt. Der Sniper bringt ja auch gar nichts. Doch, nimm den zweiten. Dann pikse ich eben. Klar, jetzt ist meine Freundin hier drüben laut. Die kann die ganze Zeit was sie leiden. Hey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ronaldo am Werk. Ähm, ja. Okay, bin ich gut. Was ist das? Nochmal. Ach, Mist. Das ist das Kacke. Oh. Der hätte da ruhig reingehen dürfen. Das Problem ist, du hast wieder den Vorteil, dass er immer... ...wahrscheinlich... ...in meine Richtung fliegt. Meinst du? Aber die Kanten immer höher sind. Du siehst. Ja. Deine Richtung. Das heißt, er pfällt da eher ab. Du musst das Gelände professionell bearbeiten. Ich zeig dir das mal. So in etwa. Mhm. Ja, schön. Siehst du? Und dann geht er... Nicht in den Tor. Schade. Gott sei Dank. Das wäre schön gewesen. Hätte ich fast gesagt, hätte ich dann mit Absicht gemacht. Na gut, dann bearbeite ich auch mal das Gelände. Das war zu weit. Aber ich habe das Gelände bearbeitet. Ja, ja, natürlich. Gelände. Er hat schon zwei Tore. Das ist unfair. Und ein drittes Tor. Oh, oh. Ja, finde ich gut. Nein. Das dritte Tor fand ich jetzt richtig gut. Doch, doch. Das war... Doch, das war gut. Das Tor. Das Tor gefiel mir. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ach, Mann. Kannst du dich öfter machen. Nein, finde ich nicht. Oh. Ja. Geh weg. Oh, Gott sei Dank. Nein, geh weg. Ach ja. Das macht Spaß. Das finde ich lustig. Ein bisschen fester schließen. Deidrate. Und? Was zum... Ja, ja. Jetzt noch ein bisschen höher. Oh, Gott. Ein bisschen höher. Nein. Der war schon gefährlich genug. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich da hin treffe. Ach so. Das ist genau. Der ist das. Das ist unpraktisch. Wusste ich nicht. Ich hatte den noch nie. Noch so unpraktischer als der Zipper. Ja. Den hatte ich noch nie. Nee. Erwisch ich. Ja. Oh, guck mal. Mist. Geh weg. Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt darfst du mich abschießen. Nein. Exakt bei mir. Ach, das ist kacke. Der liegt da doof. Warum? Weil er immer in meine Richtung gehen wird. Finde ich gut. Deswegen mache ich das lieber so. Okay. Langsam lassen die Explosion bei mir nach. Finde ich gut. Fall. Das ist so ein Schuss. Und? Ja. Oh, oh. Richtige Richtung. Oh, Gott sei Dank. Oh, falsche Richtung. Genau, geh wieder in das Loch da. Jetzt wird schief sein. Ach man, ich nehme dir nicht mehr auf. Warum? Nur so. Verstehe ich gar nicht. Guck, hier. Geht's noch so ein Grüßung. Du musst den Ball treffen, nicht mich. Oh, hättest du nicht da in das Loch einfallen können? Nein. Bleib, dass da immer ein Boden. War lustig. Ja, das war sehr gut. Nein, nein, geh weg. Dass du dir noch einen Torschel hast. Pass auf. Nein. No. Sag ich doch. Er geht wieder in sein Loch. Natürlich. Da klebt er dir das zu Hause. Oh, angeglichen. Endlich neue Waffen. So. Schneider bringt mir gar nichts an. Weniger. Was zum? Du schummelst. Ja. Das war ja schummelt. Das war ja nicht mal annähernd getroffen. Yes. Mach deine Hacks aus. So, ist das schon viel, viel besser. Okay. Wir haben wieder gleich schon, Leute. Jetzt mache ich hier Wumms. Gewinnen. Ja, richtiger Wumms. Deine falsche Richtung. Nein. Ja. Nein. Doch, ich muss sagen. Ach, Mann. Doch, doch. Ich bin begeistert von deinem Wumms. Ach, irgendwie habe ich schon vier dieser fünf Tore geschossen, glaube ich, oder? Ach, Mann. Auf jeden Fall hast du zwei Eigentore, ne? Stimmt. Aber hast du vier von fünf selber. Fabriziert. Das ist doch noch positiv. Ja. Ich bin ein guter Torschütze. So viel kann man sagen. Meine Schüsse treffen fast immer ins Ziel. Eine blöde Kante da oben. Mach die mal weg, dass man besser reinrollen kann über dir. Okay. Mach sie weg. Moment. Nein. So nicht. Das hast du sie nur für gewollt hätten. Ich finde die gut so. Ja. Ja, das nutzt er bei mir aber nichts, der da sitzt. Außer ich habe hier Glück und wir probieren das einfach auf Glück. Ne. Den Ball. Schön, dass er den trifft. Da, bei dem checke ich nie, wann der nur explodiert. Irgendwie, wenn er kurz vor dem Boden ist, glaube ich. Nein, geh weg. Oh, sehr schön aufgekommen. Da hast du den Ball, bitte sehr. Ja, danke schön. Perfekt hingelegt. Ich bitte, dass du auch meinen Torschütze. Versuch's mal. So, bitte schön. Dankeschön. Ich habe jetzt sogar sofort ruhig liegen. Okay. Okay, wieder den Mindpinger. Der war gut vorhin. Da habe ich ein Eigentor geschossen. Geht bestimmt wieder gut. Na ja, der mit seinen Mega-Waffen hier. Ja. Die bringen hier aber echt gar nichts. Außer Eigentore. Oh, ist mir wieder hingelegt. Schön. Bitte. Dankeschön. Ähm. Ich habe aber keinen Dings mehr. Wisst ihr, was wir machen den hier? Oh ja. Oh, der hat zumindest Wurms. Ja. Ach, schade. Ich dachte, wir sind da. Komm, komm. Ach, verdammt. Ich muss ein Tor schießen. Ein bisschen noch. Noch führe ich. Oder? Hm? Ah nein, ich habe zwei. Stimmt. Jetzt ist es verwirrend, weil bei mir über dem grünen die drei steht. Ja, das ist es. Aber links ist immer, was die anderen haben und rechts muss man selber den Tor hat. Ach, Mist. Oh, Gott sei Dank. Mist. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, nochmal. Ach, Mann. Puh. Ich muss doch ein Tor schießen. Puh. Hörst du auch damit. Der liegt aber immerhin schon mal ganz gut. Ich muss nur noch anschubsen. Nein. Oh. Okay. Der soll nicht so weit weg. Ich sehe schon. Ja. Komm, wie denn so ein noch. In die Mitte. Das ist ein Stream. Am Stream ist so ein längerer Mehrfachschuss sozusagen. Ach so. Bitte ist hier her. So nützlich. Ach, Dankeschön. Ach, denn ich werde stellen wieder da oben hin. Na ja, mach ruhig. Wir nehmen mal den hier. Ich weiß aber nicht, ob ich den treffe. Na doch. Bitte schön. Ähm, danke. Nicht nett. Ein kleines Geschenk von mir. Da du immer so nett Eigentore schießt. Ja. Oh Gott, ist ein Prozent schon zu viel? Nein. Ey. Wer? Ach gut. Schade. Der hätte eigentlich noch mal auf die Explosion hüpfen können. Aber was dann passiert wäre. Ja, ne? Ich bin noch mal abgegangen. Aber ich habe da schon mal eine Mauer. Das ist gut. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich finde Mauern gut. Oh Gott. Wiii. Ach, verdammt. Gott sei Dank. Ich sage ja, die Mauer muss weg. Äh, den bleibt da oben kleben. Okay. Nein. Los, trifft daneben. Verdammt. Na toll. War ja gar nichts. Ich habe aber auch bald nichts mehr hier. Schon wieder. Ich brauche wieder neue Waffen. Oh, das fehlt so weit, oder? Nein. Ich habe fünfmal Flammen. Oh, schön. Aber leider zu wenig. Halt bei dir immer in meine Richtung. Das ist so nervig. Ja. Mach mal platt da. Bei dir. Okay. Dass er weiter verfolgen kann. In dein Tor. Versuch's. Ich habe fünfmal Feuer. Das war extrem gut. Was soll ich mit fünfmal Feuer anfangen in diesem Modus? Oh, der war zu doll. Weiß nicht. Vielleicht sollst du da mit Feuer liegen. Das ist halt so ein kleiner Pyraman, ne? Guck dir das an. Oh, er bewegt sich. Hast du sonst nichts mehr? Nee, also ich habe noch dreimal Feuer. Und, na gut, jetzt habe ich auch. Guck mal. Waffen. Dann hatte ich noch einen Sniper-Schuss. Und jetzt trotzdem den noch. Und einen Tunnel. Guck mal, was das ist. Okay. Wow. Wow. Ja, und wenn er so weiterhüpft. Nein. Er kommt da wieder. Geh weg. Oh, verdammt. Gott der Scheiße. Na gut. Aber er liegt schon mal an deiner Seite. Dann flower ich den doch mal. Dann bleibt er aufliegen. Oh, oh. Oh, schade. Wo ist er? Oh, nein, 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 nein. Ja, fuck. Fuck. Vielleicht darf ich mich hier anstrengen. Ja. Guppis, ihr regelt das. Und auch nicht. Na ja, sie haben mich ein bisschen bewegt. Böse Guppis. Der Stein war gut. Ja, damit habe ich glaube ich ein Tor geschossen vorhin. Mach ich das nochmal? Nein. Ja. Oh, nicht. Ich dachte schon, der prallt da jetzt ab und geht zum Tor. Nein, leider nicht. Das ist falsch. Gott, ich treffe doch nicht. Treffe doch nicht. Ach, damit muss ich nicht treffen. Wo ist schon der schwarz-weiße Ball da rein? Also. Nicht der Lila, ne? Nein. Erzähl nicht. Jetzt holt er den noch da rüber. Toll. Nein, aber deswegen finde ich es ein bisschen schwerer, aber so wird es für dich noch leichter. Leider. Ja. Was? Nein. Ach, das gibt es doch nicht. Das ist Applaus wert. Ach, Mann. Das ist Applaus wert. Ah, fuck. Das ist toll. Die Folge lade ich nicht hoch. Nein. Geh weg. Oh Gott sei Dank. Nein, geh weg. Das ist doch nicht fair hier. Immerhin habe ich noch kein Eigentor. Das möchte ich mal hier festhalten. Du hast ja auch erst ein Tor geschossen, oder? Vielleicht. Mensch. Ja, diese Folge ist echt die Folge deiner Eigentore. Ja. So perfekt, dass das auf deinen Kanal kommt. Und ich die nächste. Ich finde das nicht toll. Ich schon. Ist das nicht zu wenig? Ich verschätze mich da immer mit der Stärke. Ja, ich auch. Na, sehr gut. Aus. Ach, schade. Ach, schade. Bisschen zu schwach. Ich mag nicht, wenn der da drin ist. Warum bloß? Ich weiß auch nicht. Jeder weg. Nein. Irgendwie, wenn der da in der Ecke liegt, mache ich immer das Eigentore. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist toll. Ja. Das ist gut. Wehe, Ball. Wehe. Gott sei Dank. Rapid Fire. Mal gucken. Na, zu schwach. Hey, lass das. Ne, toll. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Ich habe langsam schon wieder nur Müll. No. Oh. Oh. Nein. No. Gott sei Dank, Paltar. Ja. Manchmal geht das schon richtig gut ab. Ja. Nein. Ja. Oh nein. Nein. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Perfekt. Perfekt. Oh, Gott. Ich muss sagen, das ist schon ziemlich gut. Ich finde das nicht so gut. Es ist doch schön, dass ich so viele Tore schieße, aber ins falsche Tor. Geht der da jetzt auch noch rein? Nein, leider nicht. Mann. Leider nicht. Ich glaube, du schummelst. Also ich muss sagen, dass ich nur ein einziges Tor aus jetzt geschossen habe. Das ist nicht gut für mich. Ja. Toll. Der war auch schön. Er wusste nicht, was er macht. Ich habe auch nur noch doofes Zeug. Naja. Oh, doch. Nein, 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 nein. Geh da weg, 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 weg. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh, Gott sei Dank. Der war nur einen Millimeter davor. Ach, ne, scheiße. Die ist ein Millimeter. Und das war... Wow. Unglaublich toll. Ja. Doch, doch. Das hat sich echt gelohnt. Mit Feuer. Ich glaube, das ist der letzte Schuss, oder? Oh, scheiße. Ja. Und? Geh weg. Oh, Gott sei Dank. Aber du darfst nochmal. Oder? Ja. Das heißt, ich habe gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Yay. Ach, Mann. Eigentlich stand es ja 7 zu 1, von daher. Nein. Ach, Mensch. Bei mir steht ganz doll Victory da oben. Mist. Ganz groß. Na gut, hat der Rumblebeast gewonnen? Yay, ich habe gewonnen. Dieser Fußballlacker. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl. Ja, gehabt euch wohl. Lasst eine Bewertung da. Immer schön Bambus bleiben. Bleibt immer schön Bambus. Und schaut beim Rumblebeast vorbei, denn der nimmt jetzt mit mir auch noch eine Folge auf. Und da werde ich ihn so richtig abzocken. Ja, so wie eben gerade. So wie eben. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bino. Tschüss.